Das sind Marie und ihre Freundin Phyllis. Ich fühle mich zum ersten Mal wie eine Frau. Zwei Mädchen aus der Umgebung von New York, die sich amüsieren wollen auf dem Weg in die Stadt, auf dem Weg in den Tod. Du, äh, das ist mein Zimmerkumpel, Zern. Kinder. Das ist meine Schwester, äh, Martha. Martha, die Mädchen möchten uns den Gras kaufen. Vier Mörder in Freiheit. Freiheit, die sich auch amüsieren wollen. Die Bestie Mensch in Mondo Brutale. Was als Geburtstagsparty begann, endet wie ein Albtraum, der zu brutalen Wirklichkeit wurde. Ich möchte dir ein Geschenk machen. Was für ein Geschenk? Was wird dir Glück bringen? Ach, Blödsinn. Komm her, ich werde deine Freundin sein. Nein, du willst nur abhören. Doch, ich werde deine Freundin. Fehlt ihm was? Es ist alles in Ordnung. Besuchen Sie diesen Film nicht, wenn Sie nicht die stärksten Nerven mitbringen. Es ist das Haus von Dr. Collinwood. Sind Sie auch sicher, dass wir ihn nicht zur Last fallen? Ach, Unsinn, unterheim ist auch das Ihre. Das ist Estelle, seine Frau. Ja, ich habe immer von einem Mann geträumt, der mich nimmt wie du. Und das ist ihre Tochter Mary. Sie alle lebten friedlich, bis die Bestie Mensch über sie hereinbrach. Die bekannte Kritikerin Ponki schrieb in der Münchner Abendzeitung, eine rabiate Mischung aus gemeinster Gewaltrealität und makaberem Angsthorror von lähmender Spannung. Der blanke Terror-Thriller, gesalzen und gepfeffert. Mondo Brutale.